Aber nur über meine Leiche! Hey, ich bin der Einzige, der meine Freunde so behandeln darf! Das reicht! Komm, los! Nicht wieder, Hase! Weißt du, ich glaube, das ist gar nicht der Weihnachtsmann. Frauen mögen Jungs mit großen Federn, oder? Hä? Kaka! Ich mache definitiv Fortschritte. Er kriegt es einfach nicht zu sein kleines Spatsenhirn. Und jetzt zum großen Finale! Schüttel die Schwanzfedern! Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka! Schon man probiert eine Taube zu daten? Und deshalb glaube ich an 57% Zuwachs, wenn man Leuten Angst macht und sie anbrüllt! 3. 5. 6. 7. 30. 8. 10. 10. 20. 11. 10. 10. Weißt du was, Bugs? Schlag doch schon ab. Ich habe dir bereits dein Tee in den Rasen gesteckt. Jetzt mach doch endlich! Ach, das gibt es doch nicht, her damit. Dann zeige ich dir halt, was du tun sollst. Du wirst mich nie kriegen, Bock. Oh doch, das werde ich. Aha, jetzt aber! Hey, schon mal was von Privatsphäre gehört? Ich war gerade dabei zu duschen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich will zu einer Party. Du warst nicht eingeladen. Hab ich! Verschwinde! Sieh, du doch! Nennen Sie mir die Unterlagen! Schreiben Sie den Brief! Ordnen Sie die Hefter! Steichen Sie mein Büro! Gehen Sie nach draußen! Legen Sie ein Fundament! Füllen Sie es auf! Ziehen Sie die Stahlträger hoch! Nehmen Sie sie zusammen! Stellen Sie Trockenwände auf! Verlegen Sie sämtliche Rohre und Elektroleitungen! Legen Sie die Teppiche! Setzen Sie die Scheibenbein! Verputzen Sie die Wände! Gut gemacht, Jess! Oh, das war knapp! Ah! Oh, Reimekuchen! Ah! Wenigstens bin ich in diese schöne, weiche... Gift-Eva fällt gefallen! Na, da stampft meine Kartoffel! Oh, das war knapp!